Dieser Ford K steht hier zum Verkauf. Der wendige graue Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Bluetooth, ABS, ESP und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 69 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 8.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.